Hallo, ich bin Andrea Prick und ich bin zum wiederholten Mal hier auf dem Seminar bei Ernst Kramarie. Ich fange endlich an zu leben, einige kennen mich vielleicht schon. Und ich kann euch nur wieder sagen, es war wieder ein ganz hervorragendes, super tolles, emotionales, also für mich wirklich einmaliges Seminar. Jedes ist anders und ich kann es nur jedem von euch ans Herz legen. Wenn ihr euer Leben wirklich leben wollt, kommt auch hierher. Es ist wieder so fantastisch gewesen und ich kann dazu nicht viel mehr sagen, als einfach kommt selber, schaut es euch an, macht mit. Es ist so fantastisch. Vielen Dank Ernst, es war wieder ein ganz wunderbares Seminar.